BR 2018 Mit den wilden Tieren Geht ganz nah ran, ganz nah ran Ja, Leute, ja, die! Hallo, Leute. Heute begrüße ich euch mal mitten aus den Bern. Ich bin hier in den Alpen unterwegs, denn das Tier, um das es heute geht, lebt hier, der Alpensteinbock. Gesehen hab ich noch keinen, aber ich weiß, dass es ihn hier gibt. Vor etwa 100 Jahren war das anders, da hatten ihn die Menschen fast ausgerottet. Heute gibt's aber wieder einige, und die will ich mir heute mal anschauen. Dazu geh ich jetzt in den Innsbrucker Alpenzoo, und vorher gibt's aber für euch ein paar tolle Infos. Der Name verrät es. Alpensteinböcke leben in den Alpen, in Herden, die aus bis zu 20 Weibchen und ihren Jungen bestehen. Die weiblichen Steinböcke heißen Geißen. Sie leben mit ihren Jungen, den Kitzen, hoch oben, dort, wo es felsig, schroff und unwegsam ist. Hier können die Kitze nicht so leicht von Raubtieren erwischt werden. Die Männchen heißen Böcke. Sie haben längere Hörner und streifen in eigenen Gruppen durch die Berge. Mit den Weibchen treffen sie sich nur während der Paarungszeit. Das ganze Jahr über sind sie vor allem mit einem beschäftigt, die Rangordnung zu klären. Wer denn nun der Stärkere ist? Steinböcke haben ein Gehirn, gehören zu den Hornträgern, so wie Ziegen, Antilopen oder Rinder. Rentiere und Hirsche dagegen schmückt ein Geweih. Das wird einmal im Jahr abgeworfen und wächst neu nach. Das Gehirn dagegen bleibt und wächst ein Leben lang. Deshalb sind die Hörner eines jungen Bocks noch kurz und bei einem alten so gewaltig. Damit kann er sich wunderbar kratzen, wenn's mal juckt. Um Steinböcke zu beobachten, bin ich nach Innsbruck in Österreich gefahren. Dort liegt hoch oben über der Stadt der Alpenzoo. Ich sag's euch, ist das anstrengend. Aber klar, wer Steinböcke sehen will, der muss hoch hinaus, denn sie leben ja in den Bergen. Aber ich glaub, da sind schon welche. Tiere, die gerne auf Felsen herumklettern. So wie in den Alpen. Obwohl? Wisst ihr was? Das sind gar keine Steinböcke. Die sind ja viel zu klein. Das sind Gämsen. Na gut, dann muss ich halt noch einen Berg hoch. Puh. Ein riesiges Gehege, viele Felsen, große Tiere. Das sieht doch schon viel besser aus. Findet ihr nicht? Da sind sie jetzt endlich, meine Alpensteinböcke. Und die Hannah ist auch da. Hallo, Hannah. Hallo, Hannah. Lustig. Darf ich reinkommen zu dir? Komm rein. Gar nicht so einfach, hier lang zu klettern. Das können die Steinböcke wahrscheinlich besser. Ja. Boah, die sind ja riesig. Die kommen ja ganz schön nah an uns ran. Haben die keine Angst vor uns? Nein, die fühlen sich so stark, die haben keine Angst vor uns. Und die kennen uns ja auch. Ich fühl mich ja auch stark, du, gell? Burschi, muss ich denn Angst haben? Nein, brauchst du nicht haben. Also die machen uns nichts? Aber ihr könnt jetzt ganz schön sehen, denn im Vergleich zu den Gämsen, die ich vorhin gesehen habe, haben die ein viel längeres Horn. Das sieht echt toll aus. Alte Steinböcke haben einen Bart, Gämsen nicht. Die haben dafür eine Fellzeichnung im Gesicht, die schwarzen Streifen. Schaut mal, wie der mich anguckt. Der sieht ein bisschen anders aus als die anderen. Der hat ein anderes Fell. Woran liegt das? Der ist schon älter als die anderen. Der ist der älteste von allen. Und der mit dem Umharn ist der total spät dran und tut sich schwerer. Ach so, der war jetzt im Fellwechsel. Die anderen haben schon das Fell gewechselt, vom Winterfell ins Sommerfell. Und bei ihm dauert es einfach noch ein bisschen. Da hoffe ich, du schwitzt nicht zu sehr. Es ist nämlich ganz schön heiß heute. Wie kann man denn Männchen und Weibchen unterscheiden? Das sind ja alles Männchen, oder? Das sind Männchen, ja. Die haben größere Hörner, die wachsen weiter nach hinten, sind viel dicker, haben den Bart, sind auch größer als die Weibchen. Die Weibchen haben eher dünnere Hörner, die sind immer nicht zu hoch. Die werden höchstens so 20, 30 Zentimeter. An den Hörnern könnt ihr sehen, dass vorne ein Weibchen läuft, gefolgt von einem jungen Bock. Was wiegt so ein Männchen ungefähr? Ein Männchen wiegt ungefähr 140 Kilogramm. Boah, 140 Kilogramm. Wie viel davon ist das Horn? Zehn Kilogramm ungefähr. Boah, das ist ganz schön viel, was die da schleppen müssen. Das wär mir, glaub ich, zu schwer, zehn Kilo. Wisst ihr was, ich probier das mal aus. Ich nehm jetzt statt zehn Kilo nur fünf Kilo, denn ich wieg ja auch nur ungefähr die Hälfte von einem Steinbock. Gut, hilfst du mir. Danke. Und das den ganzen Tag. Wie macht der Steinbock das bloß? Ist mir jetzt schon zu anstrengend. Also, ihr seht, für mich ist das nichts. Wo sind die hin? Verstecken die sich vor uns? Ja, es ist heute so heiß, die gehen in den Schatten rauf. Ah, das kann ich auch verstehen. Können wir sie dann noch mal irgendwie anlocken? Ja, guck mal, was ich hier habe. Das ist Kraftfutter mit Weizenkleier. Siehst du? Ach, Kraftfutter, deswegen sind die so stark, oder? Na ja, wir hier füttern das Kraftfutter, also diese Pellets hier, weil sie draußen in der Natur bekommen sie Kräuter. Die bekommen sie bei uns hier nicht. Und Kraftfutter ist gut für sie. Da sind Vitamine, Mineralien, Getreidesorten, alles drinnen, was sie brauchen. Gut, dann verteilen wir das mal ein bisschen. Schaut mal, was wir haben. Lecker, lecker. Also, ich glaube, ich muss heute noch ein bisschen klettern üben. Ja, da kommst du gleich, gell? Am meisten fasziniert mich das mächtige Horn. Die Wülste sind die sogenannten Schmuckringe. Man kann am Horn auch ablesen, wie alt der Steinbock ist. Wie, zeige ich euch. Aber nicht an dem lebenden Tier. Das wäre zu gefährlich, sondern an dem Horn eines Steinbocks, der hier im Zoo gelebt hat. Diese Wülste hier sind die Schmuckringe. Das hier ist einer. Hier und hier und hier. Hier unten kann man die Jahresringe ablesen. Das heißt, man kann genau nachvollziehen, wie alt unser Steinbock geworden ist. Ich zähl mal nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Zwölf Jahre ist unser Steinbock geworden. Das prächtige Horn war mit ein Grund, warum es vor 100 Jahren fast keine Steinböcke mehr in den Alpen gegeben hat. Die Menschen haben sie gejagt und getötet, weil sie bestimmte Teile der Tiere als Glücksbringer oder Medizin haben wollten. So glaubte man zum Beispiel, dass das Horn magische Kräfte hätte. Es wurde zerrieben und für viel Geld als Medizin verkauft. Oder es wurde von den Jägern als Trophäe an die Wand gehängt. Die sind echt wunderschön, wirken super kraftvoll und sie leben in Höhen, wo der Mensch so gar nicht ohne weiteres hinkommt. Ich kann schon verstehen, dass man denen richtige Superkräfte zuschreibt, was aber für die Steinböcke vor allem früher gar nicht so gut war, oder? Nee, ich zeig dir jetzt mal was. Guck mal. Hier haben wir das Herzkreuz. Ein Herzkreuz, was genau ist das? Das ist eine Verkalkung im Herz. Der Steinbock wurde erlegt oder getötet einfach. Und das Herz wurde durchsucht und nach diesen Dingen wurde gesucht, weil es einfach viel wert ist. Also man ist davon ausgegangen, dadurch, dass der Steinbock selber so viel Kraft hat, bringt es dem Menschen auch was, wenn er sich Teile vom Steinbock aneignet und die am Körper trägt. Genau. Das ist eine Art Glücksbringer. Ja, genau. Oje. Schau, da haben wir noch was. Das ist eine Bezoi-Kugel. Bezoi-Kugel, aha. Riecht nach nichts. Genau. Das ist Harz, also vom Baum das Pech, und die Haare, die sich abschlecken, die bleiben einfach im Darm. Und aus dem wird dann die Kugel nach langer Zeit. Also das sind unverdaute Reste im Magen, wie z.B. irgendwelche Pflanzenfasern oder Harz vom Baum. Und Haare, die sie sich selbst abgeschleckt haben, die haben dann diesen Klumpen gebildet und der wird gerieben für medizinische Zwecke. Der hatte Heilkräfte. Alles klar, da bin ich ja froh, dass das heute nicht mehr mit den Steinböcken gemacht wird. Da kommt ein Wagen vom Alpenzoo. Was hat der denn hier zu suchen? Und was für Kisten transportiert der? Heute haben wir Action. Das sind die neuen Steinböcke. Die kommen jetzt ein paar Tage rauf zu unseren zwei, die wir oben haben. Und ein kleines Gehege. Also nicht zu denen, wo wir gerade waren? Nein, nicht zu denen. Da werden sie eine Woche lang mit denen da oben zusammengewöhnt und nächste Woche lassen wir sie aus. Ach cool, die werden ausgewildert. Das ist ja super und ich bin live dabei. Das ist ja perfekt. Jetzt heißt es aber erst mal abladen. In jeder der drei Boxen ist eine junge Geiß. Die Tiere kommen aus dem Zoo in Nürnberg. Gleich werden sie die beiden Steinböcke aus Innsbruck kennenlernen, mit denen sie gemeinsam ausgewildert werden. Um sie den Berg rauf zu kriegen, verladen wir sie auf den Schaufelbagger. Ich bin froh, dass wir die Boxen nicht tragen müssen. Es geht ganz schön steil nach oben. Jetzt fehlt nur noch diese Box. Okay, Anna, du darfst mitfahren. Da. Habt ihr Schaufel. Cool. Neues Gefährt. Nicht zu hoch, gell? Ganz schön holprig, die Fahrt. Es dauert, bis wir oben ankommen. Da warst du schneller als wir, Hanna. Ja. Hanna hat eine Abkürzung durchs Steinbockgehege genommen. Wir mussten drumrum fahren. Dann schieben wir ihn raus, ne? Ja. Dann nimmst du beide. Willst du tragen? Eins, zwei, drei. Uah! Jetzt wissen wir auch, was ein Weibchen wiegt. Weniger als das Männchen mit seinen 140 Kilo zum Glück. Aber 50 Kilo wird der auch haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, was passiert jetzt? Können wir sie gleich rauslassen? Ja, können wir. So, sind wir soweit. Eins, zwei, drei. Die Steinböcke wirken überrascht, dass sie jetzt raus dürfen. Und sie scheinen sich zu fragen, wo sie gelandet sind. Jedenfalls, das ist ihnen klar, sind sie nicht mehr in ihrem Zoo in Nürnberg. Als ich das letzte Tier rauslasse, kracht die Schiebetür gegen die Box und die kleine Geiß rast erschrocken heraus. Doch sie beruhigt sich schnell und begrüßt das Weibchen aus Innsbruck per Kopfreiben. Die Steinböcke bleiben eine Woche in ihrem Gehege. Menschen werden sie keine sehen. Sie sollen sich nicht an sie gewöhnen. Nur einmal am Tag wird ihnen ein Tierpfleger Futter bringen. So, ich hoffe, sie fressen auch ordentlich, damit sie nächste Woche ganz gut gekräftigt sind für ihre Auswilderung. Ich komm natürlich dann wieder, denn ich will dabei sein, wenn sie das erste Mal in die Wildnis rennen dürfen. Und für euch gibt's solange ein paar tolle Infos. Vor 100 Jahren gab es nur noch in Oberitalien, in Gran Paradiso, das heißt Großes Paradies, eine Gruppe Steinböcke. Sie wurden vom italienischen König persönlich geschützt. Kein Tier durfte geschossen werden. Deshalb konnten sie sich wieder vermehren. Als Schweizer und Österreicher Tiere vom italienischen König haben wollten, sagte der Nein. Die Schweizer beauftragten italienische Wilderer, heimlich Steinböcke in Gran Paradiso zu fangen und in die Schweiz zu schmuggeln. Dort wurden sie wieder freigelassen. So gelangten über 100 Tiere in das Land. Ohne sie würde es dort heute keine Steinböcke mehr geben. Hanna und ich sind auf dem Weg zum Gehege. Mit Matthias, dem Tierarzt. Heute ist der große Tag. Die Tiere werden ausgewildert. Sie sollen nicht gestresst werden, wenn sie in die Transportkisten müssen. Deshalb wird Matthias die Steinböcke betäuben. Alles, was er dazu braucht, hat er in dieser Kiste. Wenn die da oben irgendwo rumklettern, darfst du sie wahrscheinlich nicht abschießen, oder? Weil die sollen ja nicht umkippen, wenn die irgendwo in der Höhe stehen auf den Steinen. Die sind das so gewohnt, wie wir spazieren gehen gewohnt sind. Wissen die genau, wenn die in der schrägen Wand stehen, was die danach tun und kurz, bevor sie ganz einschlafen, landen die meistens sicher. Wenn es jetzt ganz, ganz schnell wäre, dann müssen wir sie mit der Hand abfangen, damit da nichts passiert. Matthias ist fertig mit der Vorbereitung. Jetzt schiebt er den ersten Betäubungspfeil ins Blasrohr. Wir sind alle etwas angespannt. Matthias möchte nicht, dass sich das auf die Tiere überträgt. Deshalb bedeutet er uns, leise zu sein. Doch die spüren, dass heute etwas anders ist als sonst. Matthias bleibt ganz ruhig. Er hat statt des Betäubungsgewehrs das Blasrohr genommen. Es ist kleiner und leiser als ein Gewehr und der Pfeil fliegt mit weniger Wucht. Deshalb spürt es das Tier auch kaum, wenn der Pfeil trifft. Es dauert eine Weile, bis das Betäubungsmittel wirkt. Nach und nach wird dem Steinbock schummrig zumute. Jetzt könnt ihr sehen, dass er nicht von der Futterkrippe fällt, sondern sich abfängt, wie Matthias es erklärt hat. Ich nehme es jetzt vorn. Okay, wir dürfen jetzt eine raustragen. Ich lebe schon tief und fest. Die hat einen vollen Bauch. Hanna und ich tragen das junge Weibchen zu seiner Transportkiste. Die Betäubung ist nur schwach. Deshalb wird es auch wieder wacher und wehrt sich, als es merkt, dass es in die Kiste soll. Die kleine Geiß bekommt noch eine Ohrmarke, damit jeder weiß, dass sie aus dem Alpenzustand stammt. Jetzt in der Heimschule sind die alle wach. Und woanders dürfen sie auch nicht transportieren. Die müssen wach sein. Wenn sie schlafen, würden sie beim Transport in der Kiste hin und her geworfen werden und könnten sich verletzen. Endlich ist es soweit. Wir sind auf dem Weg ins Zillertal. Gut zwei Stunden müssen wir fahren, bis wir an einem Parkplatz in den Bergen ankommen. Hier beginnt ein Schutzgebiet, in dem die Tiere unbehelligt leben können. Denn hier dürfen keine Straßen oder Skipisten gebaut werden. Also ideal für unsere Steinböcke. Wir werden schon erwartet von den Rangern und Förstern, die hier in den Zillertaler Alpen arbeiten. Bevor es weitergeht, müssen die Tiere noch einmal ihre Box wechseln. Auf der stehen die Namen der Steinböcke. Als Erstes ist der junge Bock Luis dran. Auch wenn er keine Lust hat, die neue Box ist luftiger und Luis kann durch das Gitter raussehen und so schon mal die neue Umgebung und die Zuschauer beäugen. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum hier so viele Leute sind. Aber ist ja klar, die wollen natürlich auch sehen, wie die Steinböcke ausgewildert werden. Denn das ist was ganz Besonderes und was ganz Einmaliges zu beobachten. Und die sind alle mindestens genauso gespannt wie wir auch. Könnte man denn eigentlich auch einfach nur zwei Tiere auswildern oder würde das nicht gehen, weil dann die Herde zu klein wäre? Richtig, genau. Je mehr, desto besser. Und so eine Gruppe von fünf ist optimal. Weil die finden sich dann auch. Und wenn eines plötzlich erschrickt oder eines, wer jetzt sehr verwirrt, würde irgendwie abspringen und im Rudel sind die dann stärker. Und dann trauen sie sich auch mehr und akklimatisieren sich auch gleich besser. Gut, dann wollen wir jetzt mal die Emma verladen. Bereit? Auch Emma ist nicht begeistert von dieser Aktion. Sie weiß ja nicht, dass sie bald für immer aus der Box rauskommt. Ich nage noch schnell die Schiebetür zu. Sonst könnte Emma die mit ihren Hörnern aufstoßen. Hier kommen wir mit den Autos nicht mehr weiter. Wir müssen umladen. Die Steinböcke werden jetzt auf eine Gondel verladen, damit sie hoch auf den Berg kommen. Wir müssen wahrscheinlich laufen. Da haben sie die Steinböcke besser. Hanna und Matthias dürfen auch einsteigen. Das junge Steinbock-Weibchen ist jetzt ganz ruhig. Und los geht's, den Berg hoch. Ich darf auch mit der Seilbahn fahren. Das heißt, ich muss nicht hochlaufen, zum Glück. Denn hinter uns ist der Bergrücken und da geht's ganz schön weit hoch. Da müsste ich mich ziemlich anstrengen. Ich hab die Emma dabei. Alles gut bei uns. Wir haben Spaß hier in der Seilbahn. Emma und ich genießen den Ausblick. Die Berge sind wunderschön. Ich hätte noch ewig weiterfahren können. Doch dann sind auch wir schon oben und Hanna und ich müssen beim Ausladen helfen. Edelweiß kommt gerade an. Wir kommen hier oben, Edelweiß. Hier oben gibt es nichts mehr, womit wir die Boxen transportieren lassen konnten. Jetzt heißt es, selber tragen. Ich hoffe nur, wir müssen nicht allzu weit laufen. Ich bin fix und alle. Am Anfang dachte ich, die Hanna und ich, das packen wir locker zu zweit. Aber wir haben dann schnell festgestellt. Das wird nichts. Unsere Verschnaufspause dauert leider nicht lange. Aber Hanna sagt, dass wir schon fast am Ziel sind. Nur noch ein paar Meter, die schaffe ich noch. Matthias will, dass die Leute sich in einem Halbkreis aufstellen. Sie sollen eine Kette bilden, damit kein Tier nach unten abhauen kann. Warum ist das so wichtig, Hanna, dass die Steinböcke in diese Richtung den Berg raufrennen und nicht hinter uns gehen? Wenn einer hinter uns geht und die anderen laufen nach oben, dann hat sie das Rudel verloren. Wenn das z.B. so wie Rosi runterläuft, dann haben wir ein großes Problem, weil die ist die kleinste von allen. Wir haben hier auch Greifvögel, so wie einen Steinadler. Dann ist sie ein Opfer. Also würde sie nicht überleben. Das Wichtigste ist, dass die Herde zusammenbleibt. Alles klar, da wollen wir mal aufpassen. Jetzt ist es endlich soweit. Da stürmen die Steinböcke los. Aber was ist mit unserer Rosi? Sie will nicht aus der Box raus. Gut, dass Matthias die Leute im Halbkreis aufgestellt hat. Sie versperren Rosi den Weg. Matthias hilft der kleinen Geist und treibt sie zu ihrer Herde. Ein Greifvogel traut sich nur selten, ein Tier aus einer Gruppe zu erbeuten. Deshalb ist es für Rosi sicherer, wenn sie mit den anderen zusammenbleibt. Wie schnell die jetzt da hochgerannt sind. Unsere hat sich ein bisschen angestellt, aber ich glaube, sie kommt noch hinterher. Der Matthias hilft dir ein bisschen. Der Moment, als die Tiere aus ihren Boxen stürmten, war total beeindruckend. Hier könnt ihr es noch mal sehen. Ab in die Freiheit. Unsere Steinböcke sind schon weit nach oben gelaufen. Eine der Geißen trägt einen Sender, damit wir immer wissen, wo sich die Tiere aufhalten. Matthias hofft, dass die Steinböcke bald eine Herde finden, der sie sich anschließen können. Und jetzt mein Blog. Da könnt ihr noch mal alles sehen, was ich heute so erlebt habe. Diesen Blog gibt's auch im Internet. Wie ich sag's euch, ist das anstrengend. Aber klar, wer Steinböcke sehen will, der muss hoch hinaus. Meine erste Station, der Alpenzoo in Innsbruck. Hier kümmert sich Tierpflegerin Hanna um die Steinböcke. Die kommen ganz schön nah an uns ran. Haben die keine Angst vor uns? Nein, die fühlen sich so stark, die haben keine Angst vor uns. Und die kennen uns ja auch. Steinböcke leben in den Alpen. Vor 100 Jahren waren sie fast ausgerottet. Die Menschen jagten sie, weil sie dachten, Teile der Tiere, wie das Horn oder das Herzkreuz, eine Verknöcherung im Herzen, würden Glück bringen. Heute gibt es wieder Steinböcke in den Alpen und es werden regelmäßig Jungtiere ausgewildert. Genau das haben wir auch vor. Fünf Steinböcke warten in den Boxen darauf, um die Freiheit entlassen zu werden. Mit der Seilbahn geht's hoch. Ich darf auch mit der Seilbahn fahren. Das heißt, ich muss nicht hochlaufen, zum Glück. Danach allerdings heißt es schleppen. Ich bin fix und alle. Auf diesen Moment habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut. Ab in die Freiheit. Weg sind sie, unsere Alpensteinböcke. Ich bin mir sicher, sie fühlen sich hier bei uns in den Alpen pudelwohl. Vielleicht macht ihr ja auch bald mal wieder eine Bergtour. Wenn ihr Glück habt, dann seht ihr vielleicht sogar ein paar Steinböcke. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleibt tierisch interessiert. Servus. Sie fürchtet sich nicht. Sie geht ganz nah ran. Sie schaut ihnen ins Gesicht. Sie lockt sie mit Tricks. Gewinnt ihr Vertrauen. Nur manchmal wird's auch nichts. Doch irgendwann klappt es dann. Sie geht ganz nah ran. Sie geht ganz nah ran. Sie geht ganz nah ran. Vielen Dank.